Habt ihr Lust auf eine türkische Pizza, Zwiebel, fein gewürfelt, Spitzpaprika in feine Würfel geschmissen, Rinderhackfleisch. Das kommt in eine Schüssel rein, Paprika-Würfel dazu, Zwiebel, Gourmet-Pfeffer à la Hänse, geräuchertes Paprika-Pulver. Das Ganze wird jetzt mit Handschuhen gemanscht. Und jetzt nehmt ihr einen ganz normalen Tortillafladen und dann kommt diese Hackmasse auf diesen Tortillafladen. Ordentlich ausbreiten, nicht zu dick. Und jetzt eine Pfanne, schön vorgewärmt, gutes Olivenöl rein, 3 to 1. Und jetzt brutzeln lassen. Und in der Zeit mache ich das Avocado-Salsa. Eine Avocado, zack, Kernraus, vierteln, die Schale abziehen, klein schneiden. Und jetzt brauchen wir Koriander, so ein Büschelchen. Und den Koriander auch schneiden. So, Limettensaft und Olivenöl, Chili-Soße dazu. Ihr nehmt die Pfanne, den Teller, zack, einmal hier drauf. Boah, geil, wa? So ein bisschen Käse, Avocado-Salsa, einklappen. Guten Appetit.